Nevena ist vergangenen Monat bei einer Demo für LGBTQ-Rechte in Banja Luka angegriffen worden. Der Schock bei der jungen Bosnierin sitzt noch immer tief über den Hass und die rohe Gewalt der Angreifer. Die Hooligans büteten auch in einem Büro von NGOs, die sich für die Rechte von queeren Menschen einsetzen. Homophobie ist auf den Straßen Bosniens nach wie vor weit verbreitet. NGOs warnen, LGBTQ-Menschen seien in der serbischen Teilrepublik Bosniens nicht sicher. Schuld daran seien die Politiker, wie der Präsident Milorad Dodik. Vor kurzem hat Dodik ein Gesetz angekündigt, das Menschen der LGBTQ-Gemeinschaft den Zugang zu Schulen in der Region verbietet. Aus der Hauptstadt Sarajevo gibt es scharfe Kritik. Die Hoffnung der AktivistInnen, eines Tages eine friedliche Pride-Parade in Banja Luka zu feiern, bleibt wohl vorerst ein ferner Traum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017